Und dann, als er in den letzten Minuten lag, im Sterben lag, und sein Kopf lag auf dem Schoß von seinem Sohn Abdullah, was sagte er zu seinem Sohn? Er sagte, oh Abdullah, leg meinen Kopf auf den Boden, leg meinen Kopf auf den Boden. Und Abdullah, der Sohn von Humar, er liebte seinen Vater, er liebte den Gesandten Allahs, er sagte zu ihm, oh Amar, oh Abi, oh mein lieber Vater, der Boden und mein Schoß ist doch das gleiche. Und er sagte zu ihm, nein, leg meinen Kopf auf den Boden, leg meinen Kopf auf den Boden, vielleicht wird mich Allah erbarmen. Und er sagte, wehe mir, wehe mir, wenn mir Allah nicht vergibt, wehe mir, wenn Allah mich nicht vergibt, wehe mir und meiner Mutter, wenn Allah sich meiner nicht erbarmt. Oh mein Gott!